Ja, bis ich jetzt wieder da bin, ja. Freunde, einmal noch. So, auf geht's. Das wäre jetzt die Krönung, wenn ich den jetzt schaffen würde, beim letzten Versuch. Das wäre echt die Krönung. Oh, oh... Oh, das war knapp. Das war noch knapper. Oh, der ist so lahmarschig. Oh, jetzt holt er seine Freunde. Oh, der ist so lahmarschig. Oh, der ist der Leute. Oh, der ist das witzel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Drecksklub. Oh, das sieht jetzt so gut aus. Und ich hab das letzte Leben. Komm, dreh dich doch noch einmal. Bitte. Nein, nicht die Jungs holen. Nicht die Jungs. Oh. Ah, toll. Jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Ah, vielleicht doch nicht. Oh, vielleicht doch nicht. Drehen, Bomben. Komm, ich will Bomben. Oh. Ich werd ja gleich... Wahnsinnig werd ich ja gleich. Ja, super. Jetzt gibst du mir Bomben. Oh, das... Oh, ist das spannend, Mann. Oh, jetzt nicht wieder. Oh, 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 oh. Gib mir noch Bomben, Mann. Ja, also, geht doch. So, und jetzt schön mir aus dem Weg gehen. Ja, 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 ja! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft! Im letzten Leben, im letzten Versuch. Oh! Freunde, wir haben's geschafft. Glückwunsch! 52 Minuten. Das war ein cooles Let's Play. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Tja, wir haben sie erwischt. Aber von, äh, äh, Peter und PJ keine Spur. Ob das vielleicht das falsche Piraten-Schiff ist? Hehehe. Hm, ich hoffe, dass die Piraten aus Carlo und KJ kein, äh, Haifutter machen. Peter, Hilfe! Ist denn da niemand, der uns helfen kann? Da könnte Hilfe stehen. Hey, das ist sicher... Was? Das hat sich nach, äh, Carlo angehört. Ja. Ach, guckt mal. Oh nein! Sie wollen Carlo und KJ an die Haie, ne, Krokofanten verfüttern. Wie schrecklich! Das erinnert mich jetzt direkt an Ank. Stimmt! Wo doch noch nicht einmal Essenszeit ist. Oh, 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 oh! Hm, er hilft uns! Oh Gott, oh Gott. PJ und Peter. Hey, Max! Komm doch mal und hilf mir! Oh Gott, was süß. Tja, das war ja ein toller Angeltag. Hm, Max? Ja, Papa. Was hat der denn? Ach so, das ist der Pirat da hinten, bei den Krokodilen. Ja, Freunde. Hm, das war... Hä? Ach so, jetzt sehen wir noch ein paar, genau, ein paar Szenen aus dem Spiel, den wir zur Zeit gespielt hätten. Tja, ihr Lieben, das war mein kleines Zwischenprojekt, Goof Troop. Ach so, jetzt kommt der Abspann, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden demnächst weitere Nintendo-Spiele folgen. Ich habe das von einem guten Freund ein paar Spiele und eine Emulatur bekommen. Kleinen Gruß an den Porza, wie hieß er noch? Porza 666, glaube ich, so hieß er. Der hat mir da ein paar Spiele organisiert und von daher werden jetzt nächstes Mal ein paar mehr Nintendo-Spiele oder Let's Plays folgen. Das hier war mir ein relativ wichtiges, weil ich, wie gesagt, das damals als Kleiner immer gespielt habe bei meiner Tante. Und, ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Fazit zum Spiel, einfach ein grandioses Spiel. Ein grandioses Dump'n'Run-Spiel. Ja, wobei man von Jump ja nicht wirklich sprechen kann. Jump-and-Fire-Spiel. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Ich werde das jetzt alles hochladen und, äh, dann werde ich mich wieder buffen mit's Fluch und Ankh widmen. Also, bis zum nächsten Let's Play NRW über 18. Danke fürs Zuschauen. Adieu. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.